Ist das nicht die geile Wurst hier, der 16.06.2019? Tja, 7 und 31. Guckt euch den Scheiß hier an. Fies ist der Brandgeruch, interessiert aber keine Sau. Warum auch? Tja, fragt sich bloß, warum das Hotel nichts tut? Das ist doch eine geile Werbung für ihren Standort und für ihre Urlauber, die im Hotel sitzen. Ist doch alles nicht wahr.